Willkommen zurück zu einem weiteren Stream hier auf Twitch Es sind jetzt nun alle 5 Sterne Quest fertig, dann folgen jetzt die 6 Sterne Dann noch eine kurze Quest zum Reinkommen in den Stream Bevor wir mit den richtigen Sachen anfangen Dann wollen wir mal Alle auf der rechten Seite Der einzige Weg ist hier rum Dann wollen wir mal die Party beginnen Spiel mit ihm nicht rum Wir wollen zu schnell fertig werden Hmm Hier! Wir machen ein Prozess! das kleine film ist auch wenn ich sie werden und sonst nur für weitere probleme ich bin bereit für das Acht schon geschafft Was macht der Ayanate eigentlich hier gerade? Weil er bestimmt selber nicht mal So hier haben wir unsere nächsten kleinen Monster Neht eigentlich noch irgendwas hier? Na hey, Ruin war klar, dass sie nur da sind Ah, der muss den Jungen hinzufügen Hey Ernsthaft, jetzt bin ich sogar getroffen? Ich wollte kein Signal senden An W überhaupt Hab ich, hab ich, hab ich, hab ich Weht dann also nur Ah, der Buggy Der Yagi Die Yagya Und der Antek Landebene, Frostinsel Wegen allen Monster Lauf ich dann nicht ganz hoch Lauf ich dann Andere Seite war's Hier drüben Ja, hier bin ich Was hat mein Buggy getan? Ja, einfach mal gewartet Hm Und so, auch eine weitere Request geschafft. Mal sehen, was wir sonst noch hier so auftreiben können. Hm, nichts wie scheint. Sweet. Mission complete! 4 Rang 17 jetzt, ich sehe noch 3 und dann gibt's viel Spaß. Und viele neue Quests. Vielleicht. Neue Buddies. Ich muss da wirklich mal aufschreiben, was für... Ich weiß, wie ich irgendwie schon habe. Ich weiß nicht, aber... Hm. Ah, irgendwie hier. Nein, lassen wir mal kurz gucken. Ich habe ein, zwei, zweimal Sammler, viermal unterstützen, drei Heiler, zwei Kämpfer, wow, ich brauche auf jeden Fall einen Kämpfer mehr, einen Sammler mehr und auf jeden Fall auch noch, hier, Bombardierer, aber irgendwie gefällt mir das hier gerade nicht, Heilblase, okay, doch schon, gut, ja, so, neue Buddies, die bleiben jetzt alle schön in der Reserve und langweilen sich da. Flossinsel, Flossinsel, Flutweit, okay, Sandhöhen habe ich keine da. Mist, egal. Ich wünsche dir Glück. Ich wünsche dir Glück. Ich wünsche dir Glück. Wenn du dich in der Zeit gefahren hast, bin ich weiter. Wenn du dich in der Zeit gefahren hast, habe ich nicht behebeld. Ich wünsche dir, dass du dich damit, wo dich mit Augen springstabler ist. Ich wünsche dir, dass du dich inszenst, wenn du dich auch mit dir sprachst, ok ein buggy fotografieren das kriegen wir doch irgendwie hin oder das sind keine buggies hier auch keine buggies da da muss ich noch kurz rüber so wozu waren die aber buggies aber jetzt wie scheint nicht mehr so auch fertig ich habe schon wesentlich so ein kleines monster den ordner habe ich auch gleich voll oder bald das ist so 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 mit den sechten fernwürdig weg bleiben auch wenn ihre wechsel laufen ich kann nur einmal stehen bei ihm es ist ja jetzt hätte ich eigentlich machen wollte und dann wo wir sind am stream machen wo bist du wo bist du da drüben da drüben da hier weiß es nicht so nicht gemeint jetzt hast du alle wollte ich unbedingt gerne haben ich will jetzt mal in dem einflügel das ist ein guter sehner body der schwanz ist ab meiner ok ich gehe mal kurz hier rein ich habe egal hier 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 kommt es! Hier kommt es! Oh, der geht es zu starten. egal also ich nur so paar attacken drauf ich kann irgendwie so lange durchhalten okay Okay, irgendwie wollen wir jetzt sorgen, dass das weiter schwimmen würde. Ich bin hier drüben. Du solltest schärfen. Eigentlich. Hm, bin ich voll, aber auch egal. Ich bin hier drüben. Ich bin hier drüben. Ja, ich bin hier drüben. Wirklich gut war das jetzt. Ich bin hier drüben. Piece of cake! Ich bin hier drüben. Das ist alles zu nehmen, zur Sicherheit. Ich bin hier drüben. Ja. ok schon 18 kurz dann einmal hier reinkommen das muss ja auch mal sein zu viele aus diesem grund jetzt weiß ich warum ich nie irgendwelche anfragen flasche gesonnen er bekomme ich steig nie durch wer wer war also wegen spielen also das ist einmal nur mal bitte falls ihr das ist mit mir wirklich auf switch an konsolen befreit sein wollt bewährt euch dafür und bewirbt euch dafür alles dazu bitte auch über das tod machen ich muss hier auch noch fotografieren oder doch nicht dabei ist ein großer foto schon dann fehlte mir nur noch die apex dran edisten und eigentlich nichts ja Ich werde jetzt nicht flogieren. Zurück zu arbeiten. Ein Verbindungsname. Ich habe irgendwie einen Schaden dafür. Einfach nur einmal kurz zum Testen. Es ist nur geiler Test um zu sehen wie es laufen könnte. Aha. So viele habe ich schon bekommen. Hmm. Hmm. Okay. Okay, okay. So ist es eine Helle. So sind wir jetzt also hier? So, diese Karte kommt. Das ist ja die ungefähre Streamzeit die ich habe, manchmal kommen die auch etwas früher, aber immer dazwischen kommen in so einer Stream. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 so kann ich nicht noch mehr zu schreiben mal sehen wie das klappen wird mal sehen wir das auch dann auch durch bestehen bleibt weil ich euch mal richtig eine verbindung von euch mal beitreten soll bewerben über das kapital ist schon wie gesagt nicht ich kann es nicht ich kann es nicht ich kann es nicht Kollerpulver So habe ich dir eine Institution auch mal gesehen Wasser einmal und Pana I Das war's. Ich bin gerade mal wieder, ähm, free. Mal überlegen, so fangen wir an, hier beim Blimpfvogel. Mal überlegen, so fangen wir an, hier beim Blimpfvogel. Den will ich nicht besiegen, bitte. Let's go for a ride. Hm, tut so. Kommt los her. Okay, das war ein starker Angriff. Mist, ich wollte eigentlich was anderes machen. Egal. Tschüss. Ja. 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 Das war's. Ich werde immer wieder aufhören. This is gonna hurt! That takes care of that! This is the end for you! I don't know! Netzt selber könnte klappen Okay, der Vogel ist gleich K.O. Ich sag der Vogel ist gleich K.O. Nicht der Vogel macht mich gleich K.O. Du hast etwas vielleicht falsch verstanden. Liebe Agnusom. 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 Gnusom. Hier bleiben Dumpfogel Aber Jetzt lasse ich mich in Ruhe vor Dumpfogel 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 Okay Da oben ist noch einer Den Miefnetz will ich halt nicht mitnehmen Und zum Dagger ausruhen Der andere Eingang Hierzu ist von dem Lager hier aus Get ready Dazu brüllen Okay Zweimal Dreimal Ansonsten Gobi ist gekommen Hmm Hey Hey Daneben Hier hätte ich traurig sein sollen als es das so sah Oh 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 Daneben 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 So So Daneben ja Ich werde das Geh! 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 Maja. Hier gibt's ja meistens noch Schönes noch. Mission complete! Geh! 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 Jemand möchte was? Achso, du wolltest dir was dann sagen. Oh, hi! Later! Geh! Geh! Schon... Ja. Ja. 19. Die letzten zwei hier. Ich wünsche dir Glück. Mal sehen, was gibt's denn bei der Rundmischung. Mal sehen, was gibt's denn bei der Rundmischung. Unbekanntes. Sehr viel. Wir verbrennen ein... Ratt auf Schwanz. Und wir kriegen... Sprintsaft. Das ist immer zufällig. Oh. Oh, das ist interessant. Oh, ne neue Quest. Nein, nur mit Ango-Dude-Scheine. Waffe, okay. Ich habe das Gefühl, ich habe vielleicht irgendwas falsch eingestellt. Nach der Mission gehe ich einmal nachschauen. Ich bin zurück. Das ist eine. Das ist eine. Let's go! Ich weiß nicht, dass ich dich verletzt habe. ok ja einfach mal schön sagen wir sind live on twitch ja es gibt vielleicht wichtigeres als das zu verkünden vielleicht mal wieder aber trotzdem das ist irgendwie witzig nicht wie witzig ist ich hatte jetzt mächtig bin deutsch ja 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 Oh Gott, eh? die anderen zwei sind warum sie sich die lager wir sind fertig wo die lager sind auf die nase breiten wir in die nase das war auch hier nicht sehr nett was war Und wenn die Gruppe voll ist macht das Spiel auch wirklich Spaß, weil wir hier die Meister sind. So, haben wir versucht sie zu retten. Jetzt gibt es dann wieder hier ja. Ja. Oh. Oh, wow. Ah, ich glaube, wir gucken Theater spielen. Marietten Theater. Tut mir leid, Leute, aber ich muss jetzt zum Wasser führen. Es sieht so durstig aus. Und ich will es einmal sehen. Okay. Daneben? Ernsthaft? Okay. Da drüben war es. Ich bin noch zu blöd. Hey, ich wollte eigentlich mich jetzt hier zurückziehen, um zu heilen. Oh, I do, I do. was so eine nacht und schon zu dorn Das ist der Ende für dich! Ich komme! Ich komme mit der Binge! Ne Britte gleich! Trap Time! ich höre sie mit den liefen herz hallo es ist es ist es ist es 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 sehr besonders un vid zu sch Und noch eine Platte. Platten immer mitnehmen. Man kann nie genügend Platten haben. Ich wollte dir alles mitnehmen. Ich wollte sie verkaufen diesmal. Was würdet ihr eigentlich machen? Was würd ich eigentlich machen? Gebrauchene Teile. Monster. 4 Peer zu sammeln. Und noch ein paar Kleines erledigen. Ah, ja, ich war wieder. Ich wollte die Lageeinstellung noch überprüfen. Werde mich auch vertippt. Man hat statt jeer Rang Meisterrang ausgewählt. Das würde ich ja nicht. Noch nicht. Lageeinstellung. Nee, geh ja Rang. Dann ist gut. Gut. Enough walking for now. Get your bunny dongo right here. Yeah, I love that one too. You mean? Yeah. Yeah. Time to go. Ich trage keine Deko Rüstung. Was habe ich denn nochmal für... Ich hab grad die... Du bist der Leiterkwane mit der... Ich hab grad... Ich hab' noch nie... Ich hab' noch... Ich hab' noch nie... Der Abgrundblick zurück. Ich hab' noch nie... mag keine blitze dann bleiben wir bei der waffe habe ich schon dann muss er jetzt der plan wie und hier es muss doch irgendwie krankhaft sein also zu verwirklichen und zu drehen auch der ist er oben truhe nicht vergessen die truhe müssen wir immer mitnehmen ok das ging falsch wir müssen den inhalt der truhe mitnehmen nicht die truhe an sich simpler fleischbilder ein pilz mitnehmen und da haben wir ja auch wie das lieblings okay eigentlich nur das monster wo er immer hin läuft wenn es ja der karte da ist es macht zwar schön wir schauen aber ich weiß trotzdem gerne nicht mit ihm da kämpfen wollen dem rei schmeldschutz suchen verstecken nein den fluss fahren ich bin ja tolles greifen auch die vormis an ich bin ja tolles greifen auch die vormis an verb65 �General schmeldschutz schmeldschutz gesessen danke für die hilfe na kuba ich bin ja aber warum stehst du diesmal nach wenigstens recht aufschlagen ob man liegt auch geschlagen das war sein rechts und mein links also ehrlich gesagt ich habe nur wieder weit verkehrt so noch mal diese live on twitch ein miefnetz mitnehmen zur sicherheit Ich werde mir langsam auf das Tortenmenü wirklich machen. Ich komme einfach nicht dazu, weil ich einfach live and swing kann, bis auf zu etwas. Ja, ich bin zu faul und das Tortenmenü einzustellen, so wie ich schon längst die Ausschützung für die Buddies vorher nie machen wollte. Ich wollte gerade fragen, was hängt denn da in dem Gesicht rum? Ja. 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 Das wird das youngest. Ja. Die Die so bieten wir hier rein wieder einmal zweimal und gleich hier rein hier 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 ja 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 oh Ah, okay, nochmals habe ich gebraucht, aber der Schwanz hat es noch. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh da na kurzo I'll be taking this I'll be back and I'll be back I'll be back I'll be back I'll be back Nothing personal Let's see Here we go Alright, let's see what we have here Daddy needs a new pair of boots Run like the wind No Let's see what we have here Yes, sir Go buddy I can use it here 6 fertig Schwanzirr mitnehmen No 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 Einmal Waffen verbessern. Aber wo ist denn jetzt nochmal der Tod? So wie. Die Puschi Kugel brauche ich auch einmal. Die kann ich dann auch schon machen. Und wo ist denn jetzt der Tobi Waffe? Ah da Tobi. Dauert ein bisschen wie es weiter geht. Ja den Zinurkel noch ein bisschen öfter besiegen. Hier weiß ich nicht wie es weiter geht. Dann wollen wir mal dringend dringend. Hallo Hallöchen. Ein dringend krasses Reinkommen. Ein Charmeleos sorgt in den Hajoiden für Ärger. Du wirst ihn erlegen müssen. Es kommt nicht oft vor, dass der alte Nebel sich bemerkbar macht. Hängt das mit der Radale zusammen? So oder so. Du sowieso hast du die Kraft die beste zu besiegen. Sei aber nicht leichtsinnig. Sonst endest du als Abendessen. Ist das nicht die Quäste schon kennen? Erklärt auch warum. Was so wichtig war. Du alte Illusion. Also. Auf. Auf. gegen den Nebelwüfern. Das könnte gegen Nebelwüfern am stärksten sein. Na toll. Alter. Es gibt hier jetzt die Namor. Eine Drachenwaffe. Ich habe aber keine Drachenwaffe. Nachdenken. Ich will noch die Ausbrechen. Gegen den Nebelwüfern. Alleine anzutreten. das ist einfach deswegen stärkste waffe nehmen aber ich will ja nicht element haben oder welche schärfe ich brauche einen neuen bei dir für die wahl weiter okay komplett vergessen der bombardierer muss mit und nein 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 vier mal gegen drei letzten sind effekte am besten geeignet verwalten senden einmal auffüllen weil ich dann nicht brauche sind fallen die dinge muss wieder der tank einkaufen gehen hier nehme ich einmal mit Kräuterpulver mitnehmen Dämonenpulver Hülsenpulver mit Fleischkühlen mache ich ungerne und noch einmal das mitnehmen Nullbeeren mit den kann ich auch nicht umgehen mit den Blitzbampen und Schallbampen und Schallbampen sonst ist eigentlich nichts da was man brauchen könnte also ich nicht brauchen könnte einmal noch sortieren alles was wir durchnehmen ist am Ende dann da die Bomben jetzt stellen oben Objektbeutel macht sie trank weiter trank mehr trank mehr trank lehnspulver im staub und hier einmal so müsste ich klappen Feuer Eis Deiner Wasser Drache und hier nicht paar zu Ältesten obwohl wir drachen ist normal kämpfe ja vielleicht kommt noch jemand rein mein Gott zu gucken, ob er die Ausrüstung verbessern kann ja, ich versuche Zeit zu schinden oh, schau ich glaube, man kann jetzt alle Ausrüstung haben also für die schönste werde ich mich da entscheiden und muss dann auch noch Modegutscheine opfern aber die sehen bisher ja ganz gut aus so wo ist das? ich habe mich schon einen Rater los gehabt irgendwo da haben wir die die Nogu war auch nicht so schön, finde ich so 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 Ja, jetzt können wir nicht umgehen. Ich war beim ersten Kampf nicht gegen das vierte hier im spiel ist ja nicht so blöd gelaufen hat er mich in den anderen sofort raus also gleichzeitig angriffen ich weiß nicht ob ich glaube was ich jetzt mal arbeiten dann was hat dieses manche macht mich gerade so wann bin ich nicht mal etwas sehr nein ich hab's auch vergessen hmm hmm ja 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 hmm you know, jetzt halt das up Wir sehen dich. Meistens war so, dass er schon so weiterläuft, als die restlichen. Warum muss man eigentlich dran im ersten Versuch haben, mal vernichten. Ich versuch's mir grad zu schlagen. Ich bin so nah dran. Der Orangenpollen wurde gestöhnt. Das sind Orangenpollen. Ich bin so nah dran. Ich bin so nah dran. Ich bin so nah dran. Das hat es gestohlen. Das Vieh ist dreißer geworden. Ich bin so nah dran. Pass auf dich auf, bitte. Für den besten jeder kann ich mir ja noch nicht über das Schaffen mitzumachen. So, auf den Schwanz. Ich bin so nah dran. Ich bin so nah dran. Wir werden jetzt im Radal was. Okay. Ich bin so nah dran. Bis zu früh. Und wie soll ich das Monster? Ich sollte rauf. Ich, egal. Ich, egal. So besser auch. Ich bin so nah dran. Nice work. It's really, you don't have to keep on, ready, come. hmm ja halb laden auch die idee Mist Laufen Er verteilt es meistens dann noch Okay, alles speziell noch gut Sondern Dann Okay Ich Ja Wir Warte Mit Warten Und Das dann geht es nicht längst dann geht es nicht längst also jetzt schon der bereich sind immer sehr aggressiv wenn ich was planeten 19 10 Es ist los, der andere ist sonst in Gefahr. Mein Blöck hat sich bisher noch nicht ausgezahlt. Ja, ich habe ein bisschen gebetet, aber ich habe es nie. Mist! Ah, du kleiner Köter! Wir haben es geschafft? Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Okay, Feuerwerk! Soll ich auch irgendwie besorgen. Mission complete! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Ich habe es geschafft! Und Clara belegt das fortschrittliche Vorschritt deiner Fähigkeiten und das viel eher als ich gedacht hätte. du lieber durch mir wird dann schon weg wenn ich mir aus wie viel du noch werden wirst so viel dass du weiter so gut arbeite leistest und schreien und wir da hier an soweit es geht wenn ich gleich wieder zu strecken aber wir haben geschafft aber jetzt ist aufgehoben 30 ohne beschränkung jetzt gibt nein danke ich spiel um gerne gibt dürfen und wie sieht eigentlich wieder was wenn auch wieder etwas an guten aussehen vertragen aber die wir das hier hat die sähe der lampe wieder reingeholt an die branchen stachel aber ja das kommt in die sammlung der waffen die ich nicht nutzen werde wahrscheinlich hatte wie jetzt wie auch damals vor kann man einfach alles nehmen ist glaube ich die eine der schwächsten waffen hat einfach jegliche munition drinnen wie sagt mir nicht wieder dass sie jetzt wieder vorbei ist nein hallo stream ok hat sich ja beruhigt gut danke bei die tafel behalten lieber große monster mann jetzt auch deine waffe mehr wir hätten sie gut gebrauchen können dann wollen wir mal 2 dir bloß die ist neu ja da ihr monster wann einen kajang dann sollte mir das jetzt mal wirklich voran und dann kommt das ich habe das bild vergessen das ich habe das ich habe das Okay. Euer Pest ist das beste Wohl. Ederstein. Einfach belogen für das Anlegen vom Körper. Okay. Wir wollten aber mal... Keine Infos zum Rayang. Dann wollen wir mal... Ederstein. Let's go! Gut. Warum muss ich gerade wieder alleine mit dem Rayan sein? Ich mag es nicht allein zu sein, er hat mich gefunden. Okay, wir haben jetzt viel Unterstützung bekommen. Wir dürfen jetzt nicht versagen. Bis die anderen da sind, Ausweichttraining. Angreifen. Leute, ich kann das nicht mehr aufhalten bald. Okay, er ist da und die Könige auch. Natürlich, wie wir kamen. Aber nicht die Könige. Ja. Oh. So. 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 1 und mächtig Leute, ich war hier fang Leg ihn ab Das war knapp. Sollte man die Person nicht alleine lassen, besser mit dem Rayyang? Schneller. Tigrex. Komm ruhig vorbei und spiel mit dem Rayyang. Hm. Ja. So, was gebrauchen? Das ist gut. Das ist gut. Oh, gleich. Doch nicht. Das ist gut. Das ist eine Katastrophe bisher. So. Oh. Und das ist der grüne Raum, ich will niemals mehr Rayyang Laffe machen würde. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Das ist eine Katastrophe. Take this! You're gonna be fine. Be careful! I don't get up there! Stay in the middle! You're in danger! Oh no, you don't! Gotta keep it sharp! You need to fix it! Hmm. So. Nicht vergessen, ich habe jetzt immer wieder auf Drücken und Ausweichmanöver drauf. Ah. Und wieder draufhauen. Eher, was sie brauchen, wird auch sehr gut. Here comes the pain! This is gonna hurt! No more hurry back! This is the end for you! Good luck! I can't believe this. Okay, Rayyang, egal was, wird nur niemals ohne vollständiges Lager gemacht. I can't believe this. ok dann sagen wir weiter doppel diablo oder eigentlich berufsrisiko eine maizeit wird sein bestell dann was an sich Ein Schwächer. Ein Schwächer. Ein Schwächer. Da muss ich einfach mal in Z hinzufügen. Okay, Schwächer. Ist drinne. Ich habe eine spezielle Reise für dich. Diese sind die Reise available. Alles Schlimme auf einen Schlag. Erst einmal gucken, wie viel ich so erstellen kann. Ich bin nirgends. Ich bin nirgends. Ich bin nirgends. Und der Betziger ist auch noch hier. Will man mich auf den Arm nehmen? Okay. Okay. Einer ist zum Glückchen zu bekommen. Okay. Ich bin nirgends. 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 So, jetzt machen wir mal allen Schaden. hmm immer das gleiche man zieht das monster das ist eine komplett falsche richtung jetzt will ich mir lieber gern wünschen dass der andere jetzt hier drin wäre und schnell denn sie haben schönere jungen ja 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 so immer zum rücken gehen zum ok so auf den rücken gehen hallo bevor er sich auflegt ja 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 nein du machst du nicht mehr auf ja das sind rückter liegen ja das ist halt überall dich ok er hat was gebrochen Mist, ja. Zinogra Materialien. Genau das ist nicht gerade gezeichnet. Belohnung für Ziel. Fangen ist höher. Okay. Was stand da? Zerlegen. 3%. Belohnung für Teilen. Okay, wir müssen so viel wie ich abschlagen. Und eigentlich egal, wir fangen oder zerlegen. Boxen! Hey, macho! Hey! 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 Oh. Der Besser Gönnt jetzt hier. Okay. Gut und schlecht. Gut. Der Besser Gönnt ihr Herbst egal ist. Das werde ich aber nur so machen. Doch du sollst mir das überlassen. Ah. Das war. 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 Willst du mich verabern? ich werde es fangen gerade um es ich werde es fangen du hast zufällig einen... nein hätte er wahrscheinlich nicht eine Falle mit, leider fahre ich nicht, egal dann bringen wir es aber um das ist mir egal ich nehme an, ich habe nicht mal Zeit, Ausnutzung zu besorgen so, erstmal ein Kaffee hier aufgefüllt wo will er hin? ach so, den Schwanz noten ja 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 ernsthaft? ernsthaft? lässt der mich hier gerade alleine mit dem Rayyang ja 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 ich möchte hier neue Julla haben, bitte Oh, okay. Lässt er mich einfach, will ich alleine mit dem Rayan. Ich würde jetzt wirklich mal mit dem Ausschalten, dass sie da jetzt weggehen könnten. Können wir beide auch mal was tun, als wir nur Blut in die Gräte laufen? Camper, du wirst den Reifen einschläfern! Das ist der Ende für dich! Danke, ah! Danke, ah! Es ist noch nicht vorbei! 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 Der Bette ist egal. so und dann bitte sie jetzt auf den appen an okay that's enough you're done Hier kommt es! So, wie ist jetzt da? Besser, jetzt halt ist die Gang. Ah, Gurke rettet noch. Mist. Der geht wohl, der geht mir daher nicht darum. Ah, dann... Oh, meine Güter! Ah! Ah! So, was stimmt mit meinem Buddy nicht? Ah! Ah! Es kommt! Los! Oh, no, you don't! This should fix it! Ahhhh! Ah, Jan ist da hinten! Aha! Danke! Beitritte! Ah, der unten ist er! Püderfisch, Püderfisch, kein Püderfisch! Ja! Hab ich überhaupt nicht geschaut! Hier kommt die Püderfisch! Hm? Wir haben die Püderfisch! Hm? Wir haben die Püderfisch! Ja! 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 er versucht so gut wie möglich zu helfen aber es ist es 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 Ist ein Kleider spaziert? Oh ne! Komm doch einfach schon näher. Doch noch irgendwie besiegt. Das ist auch wirklich der Beste gewesen. Hm. Komm. 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 Platte, ich brauche das Juwel. Honig ist immer wichtig. Warum? Ich habe doch das Juwel bekommen. Ich habe immer das Juwel nicht bekommen. Bis zum nächsten Mal. Ich habe es. Ich habe das Juwel. Ich weiß es ist eigentlich schon von heutigen Zwieben. Da würde ich euch noch einen schönen Tag, Abend und heute sehen wir uns im nächsten Stream. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.